Hallo, ich versuche diese 8 mm Stahlkugel aus 20 Metern Entfernung zu treffen. Ich nehme dazu den Tech-Hämmer und 8er Kugeln als Munition oder Ammo. Ihr seht gleich groß. Los geht's. Ich nehme dazu den Tech-Hämmer und 8er Kugeln. Es hat geklappt. Ich nehme dazu den Tech-Hermann und 8er Kugeln. Ich nehme dazu den Tech-Hermann. Ich nehme dazu den Tech-Hermann. Ich nehme dazu den Tech-Hermann. Vielen Dank.